Im Wundcafé sind wir offen für alle Menschen aus dem Quartier, egal was die für einen Hintergrund mitbringen oder vielleicht auch für Herausforderungen in ihrem Leben. Wir haben Angebote für junge Mütter, für Kinder, für Erwachsene und binden da die unterschiedlichsten Leute aus dem Quartier mit ein. Nachbarschaft finde ich sehr wichtig, weil ich bin relativ neu hierher gezogen von Thüringen und so kommt man eher ins Gespräch, lernt neue Leute kennen. Meinem Sohn gefällt es hier sehr gut, der ist in der Kappelgruppe. Wir haben hier eine Anlaufstelle, da trifft man sich ab und zu mal, sitzt zusammen, macht ein Schwätzle, was ganz arg wichtig ist im Alter. Fühlt sich einfach wohl hier. Im Wundcafé ist auch besonders wichtig, dass Leute kommen können, die sonst vielleicht nicht so viele Leute in ihrem Umfeld kennen und keine Familie haben, dass die sich hier treffen können, aus der Isolation herauskommen können, weil sie im Wundcafé einen Ort haben, wo sie unverfänglich und einfach die Nachbarn kennenlernen können. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen. Genießen Sie entspannende Momente im Fünf-Sterne-Hotel Dordenberg. Eine Wellnesswoche für zwei Personen in der Ortenau im Schwarzwald gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 3678 088. Einen BMW 118i gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 04 33867. Umgeben von atemberaubender Natur einen entspannten Wellnessurlaub im Miraner Land in Südtirol genießen. Eine Reise in das Vier-Sterne-Superior Schenner Resort gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 3133786. Einen BMW X1 S-Drive 18i gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 88 89 107. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 0014 119. Und um kurz vor acht geht's weiter.